Der Vinzenz Stollen. Leider ist es zu. Der Vinzenz Stollen. Der Vinzenz Stollen. Das ist 50 Meter. Das sehe ich. Ganz schön klein. Ich schnaufe den Vinzenz. So ein Teil. Jetzt sieht man ein bisschen mehr. Das ist der Vinzenz. Der Vinzenz. Das ist jetzt so besonders. Na ja, schauen wir mal. Aber hier ist immer jemand drin, der da ist. Na klar ist. Da wurde gespult. Ach so. Hier ist die Grafikchen. Ja. Achtung, Betretenswerke Stolz wegen Lebensgefahr. Unatmbare Luft. Ist verboten. Ist verboten. Na, nach unten. Ach, da oben ist der Damm. Na, bleib dem Boden ein bisschen. Ja. Wo leuchtest du hin? Obst. Und machst du mal mehr Zoom? Mehr Zoom? Ja. Warte. So? Noch hin. Ganz, ganz aufdrehen. Ganz rauszoomen. Ganz okay. So. Das ist ganz. Ist okay. Erst da hinten sieht man das Ende. Aber da geht es wahrscheinlich nach rechts und links. Mhm. Okay. Nein, nur links. Ja. Das sieht man an den Röhren. Okay. Dann war es das von hier. Bitte? Na gut. Schade. 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 Gut. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Das war's.